Sitzt du gut, Master? Ich sitz gut. Sitzt du auch gut? Ja, ich hab immer am Fenster sitzen, aber... Helfer? Ist das der Final Destination? Ich hab keine Ahnung! Ah! Holy Shit! Ich glaube, wir sind abgestürzt. Ah! Zum Glück waren wir die einzigen, die unsere Tische nicht nach oben geklappt haben. Das bedeutet, wir sind, glaube ich, die einzigen Überlebenden. Guck mal her, da. Warst du das? Nein! Nein! Timmy! Der heißt wirklich Timmy, das ist kein Witz. Okay. Oh! Jesus, was ist passiert? Oh, da bist du. Oder? Hallöchen, da! Tadio! Ja! Und willkommen! Mein Name ist Daniel P. Und ich bin Battle Mario Master. Und wir sind abgestürzt. Ja, wir spielen The Forest. Wie wir es schon am Titel gesehen haben. Ja, und wie Daniel sagte, wir sind abgestürzt. Ja. Oh, Axt. Geil. Axt. Aber dann könnte ich aneinander vorbeilaufen. Ja, wir spielen das Spiel so zum ersten Mal, ne? Ja, wir spielen komplett blind. Und ja, mal gucken, wie das hier funktioniert. Ja. Erste Regel in Survival Spiel, einfach alles einsacken. Ja, genau. Na, ich habe Hunger. Ja, ich habe Hunger. Ja, ich habe Hunger. Ja, ich habe Hunger. Okay, damit kann ich blocken. Ja, ich glaube, ich tue den Ton ein ganz klein bisschen runterstellen, weil es war unglaublich laut. gerade. Wo macht man das? Ich meine, wir sind gerade abgestürzt. Klar, das hat jetzt nicht so leise ist, aber trotzdem. Unglaublich. Ja, ich habe Koffer aufgemacht. Also Koffer, ich habe einen Stein eingesammelt. Ich habe Tennisball. Warte, was ist ein Tennis? Aua. Das auch nicht mehr. Das auch nicht mehr. Tennisball abzuwerfen. Das wird meine Waffe sein. Ich habe ein Feuerzeug. Die könnte dich anzünden. Zünde dich an. Ich habe deinen Arm angezündet. Tennisball. Taddeus Tennisball? Taddeus Tennisball? So. Ach, da steht auch eins. Ah, hier. Ah, hier. Okay, habe ich das. Irgendwie habe ich das. Tennisball. 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 Tennisball weggeworfen. Eben und im Winter hat zu öffnen. Okay. Ah, hier. Ich habe eine Decke. Um das hier zu öffnen. Ich habe ein Walkie-Talkie. Ja. Esser und Wasser. Bissen. Hasenkäfig. Garten. Wassersammelladen. Top gestellt. Teil Tablett. Stocklager. Wir sind Kleingeld. Kleingeld. Ich habe so ein Tablett jetzt hier draußen. Ich weiß nicht. Oh, Alkohol. Oh, nice. Ich habe Steigen mitgenommen. Und Stock. Yeah. Wie kann man denn hier Sachen herstellen? Ich glaube, wir müssen erst mal, weil wir hier voller benutzen. waschen. Auch wenn wir gamers sind, wir sollen uns erst mal waschen. Oh. Ich kann keine Steine betragen. Das ist ja schon alles aufgesammelt. Ich habe ein paar Steine. Ich habe fünf Steine. Ich habe zwei Stücke. Ich habe Feuerstar. Ich habe Batterien. Ne, ich habe ein Isoband. Einmal so da. Und noch ein Steak habe ich noch. Und natürlich die Axt. Ich mache erstmal den Koffer auf. Na hier. Ne, Koffer. Und beim Teamnet komme ich ja ins Inventar, was ich da habe. Ja. So, mache ich ja. So, das von mir ist. Na hier, ähm. Ah, hier, unser Tut. Du bist du für den Timmy und Powerdent. Das habe ich gerade gemacht. Hallo Vera. Ja. Ja. Da habe ich auch gesammelt. Okay, hier kann ich sprinten. Oh. Ich habe Feuer gemacht. Ah. Ich habe ein paar Blätter gesammelt. Cool. Okay, man muss die Dinger irgendwie da in die Mitte reinpacken, dann kann man die irgendwie verbinden. Also bei mir, ich muss rechtsklicken drücken, dann ist er da in der Mitte und dann kannst du halt mit Sachen verbinden. Okay. Du musst du halt irgendwie wissen mit Watten, ne? Ja. Ja. Ah, hier, ich kann es mit den Artikeln. Ich habe einen Stein. So, muss ich sagen, wie packe ich jetzt. Dann müssen wir jetzt aber machen gerne. Äh, wir müssen erstmal unseren Lager aufbauen und wir müssen Timmy finden. Aber jetzt müssen wir so, dass wir viel einsammeln. Ja. Vor allen Dingen, wir sollten uns vielleicht erst mal ein wenig umsehen. So, Packman. Hm, dann passt ich ja fast gegessen. Das Packman sowohl hast du, dass wir was essen können. Ach so, okay. Wir müssen ja irgendwie was essen. Aber ich glaube, wir können nicht alles essen, weil ich glaube, dass einige Sachen giftig sind. Ach, wat. Würde ich jetzt mal so sagen. Die einzige Möglichkeit herausfinden, ob es giftig ist, ist es in dem Wert essen. Genau. Und da wir ja immer noch voller Blut sind, sollten wir vielleicht irgendwie... Ah, hier Grundlagen, das Überlebensdrücke auf dem D-Pad auch umzuwenden, der überlebt. Das Überlebensblues. Ach. Du hast was... Ach. Ach so, das. Bin ich bei dir eine Frau? Nein. Du bist beim Junkerl. Ich klang irgendwie sehr weiblich. Das Wasser. Na geil. Na geil. Na, ich glaube... Na, wir müssen ja auch irgendwo mal was trinken. Hm. Ich hab mal den Baum mehr. Ja. Ich glaube, der Baum fällt. Ja. Ich glaube, der Baum fällt. Ja. 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 Haha. Da taue ich jemanden über. Ja. Wem soll das überrufen? Ja. Wem soll das überrufen? Ja. Guck mal, das sieht voll schön aus, ne? Ja. Deswegen, lass uns um. Wenn man schon irgendwo bauen, dann irgendwo, wo schön ist, ne? Ja, klar. Sind das da oben Tiere? Ich glaub, das da oben sind Tiere. Let's go. Verschwinde Tiere. Das ist unser Wald. Seh mir nicht aus wie Tiere. Ich wollte da auch gerade sagen, ich glaube... Was machen wir jetzt? Was zu bekämpfen? Weiß ich nicht. Ja. Wir haben eine Aktion. Das ist ein Schiff. Guck mal da. Das ist ein Schiff. Guck mal da. Guck mal da. Guck mal da. Das ist ein Boot. Guck mal da. Das ist ein Boot. Guck mal da. Das kann auch freundlich sein, ne? Was ist das eine Sekunde in der Wildnis muss direkt Leute töten? Ey. Ja, klar. Ja, ja, ja. Vielleicht sind die auch freundlich. Na, guck mal die Ränder sind auch schon weg. Oh Gott. Das. Vielleicht sind die doch nicht freundlich. Vielleicht sind die doch nicht freundlich. Okay. Ich glaube, ich habe ein bisschen der B-Vor noch. Aber wir müssen uns waschen, damit wir Infektion vermeiden. Jetzt haben wir verstanden. Wir sollten irgendwie ins Wasser kommen. Ich glaube, ich bin gleich tot. Hey, du bist tot. Ich bin gleich tot. Ich sehe nur aus Schwarz und Weiß gerade. Ich komme mal ins Wasser. Ja, ich komme ins Wasser. Uh. 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 Ich versuche aber nicht zu sterben, okay? Ja. Hi. 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 Ich habe mich mal. Kann ich halt irgendwie. Stellt Energie wieder. Ah, hier. Ein Zahn. Kann zum Herstellen von anderen Objekten benutzt werden. Ein Stoff kann. Ah ja, na klar. Man kann Stöcker mit Stoff verbinden und dann kann man die anzünden. Oh, Geld. Geld? Ich habe Geld. Ja. Das Geld? Ja. Oh, hier ist doch was. Ich habe irgendwas eingesammelt. Kann dazu benutzt werden, um ein Feuer zu entfachen. Was? Ich habe Baumharz gefunden. Okay, also ich muss sagen, ich bin nur in Eindruft. Was? Nein, ich wollte nicht wegstecken. Oh, Vogel. Komm her. Vogel. Vogel. Komm her. Ich muss erstmal raus, wie ich springe. Okay, ich springe. Komm her, komm her. Komm her. Komm her. Nein, ich krieg den nicht. Jawoll. Ich habe den Vogel erledigt. Ja. Ich habe den Kopf. Ich habe den Vogelkopf. Nice. Das war weiter umsinnig. Ich brauche es mal AP, ey. Ich bin fast tot. Aber gewesen steht hier bei jedem Gegenstand, ob man damit auch machen könne. Ja. Es soll wieder raus, wie wir hochkommen. Oh, wie kommt ihr wieder hoch? Hey. Ich kann keine Steine mehr tragen. Nö. Ich mag Steine. Ich habe einen kleinen Stein eingesammelt. Yeah. Oh, Medizin. Oh, sehr gut. Oh, Medizin. Das ist gut. Hast du. 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 Was hast du. Ich hab' einen kleinen Stein eingesammelt. Oh, noch. Ein Stein. So hat man das können behandeln. gehen ich habe ich habe so ein gesammelt super vogel vogel nicht da nehmen den kopf das ist einfach so ein vogelkopf können wir uns über einen kamin hängen irgendwann ja hängig über dem kamin ist mir das schildkotter da hinten meine ich ja moment an den schicken kann ich glaube das können wir was sie jeder hand haben wir haben schildkrötenkopf panzer nämlich nutzen damit wir wasser uns holen können also ich habe gedacht irgendwie so als schild irgendwie benutzen können steht grütenkopf man kann aber leider nur ein panzer mitnehmen wir ziehen ich gebe gleich ich habe alkohol gefunden damit kann ich mit dem wort auf cocktail machen ja ich habe gewonnen zu neuen flug buchen herstellung wenn du ein ich habe stoff eingesammelt nochmal stoff hier sagen können wir mit schläppen ich hab voll viel sachen schon ich habe auch schon voll viel also höher es wird irgendwann angezeigt werden wenn du was nicht mehr einsamen kannst also tote ich habe total gefunden vom strand die tote haie am strand das sehen egal es soll die da metzeln sie sterne patrick bist du das ich hoffe unsere axt geht nicht so schnell kaputt aber ich habe den kopf geackt ich habe den kopf in der hand aber wird langsam dunkel ich habe 50 münzen gefunden alkohol ich kann keine kleinen steine mehr tragen alter fleisch das rohe fleischkirchen gebraten können wir dann essen geld dann dazu benutzt werden ein feuer zu entfachen wo ist meine noch mal sonst ein bisschen licht ja ich glaube wir sollten irgendwo in sicherheit gehen ja weil man nicht so ist und ich gehe nach haus sollen wir auf der boot so lange gehen für die nacht ja die nacht die typen die kann auch bestimmt nicht schwimmen oder ich habe keine ahnung vielleicht ist das nicht so eine gute idee vielleicht sind der haie man gerade total also ich glaube auch dass da irgendwie keine idee ist dahin zu schwimmen was war deine idee gewesen ich sehe nichts ich sehe gar nichts das ist wirklich saudunkel aber irgendwas haut mich glaube ich also ich bin es nicht hatte ich konnte meinen stock irgendwie hier mit verbinden gefunden ausrüsten so hatte ich manchmal licht du bist da stehe hier ich bin vom link so da gefallen das können wir nicht aufmachen jetzt mal irgendeine fackel oder so erstellt ich komme nicht mehr auf ich trinke ich bin aber gleich tot wieso komme ich nicht nach oben mich zu schwer ich trinke ich trinke warum denn nicht okay jetzt habe ich irgendwie kam ich nicht irgendwie an die oberfläche hilfe wir kommen aufs boot weil ich denke ich habe es kombiniert jetzt schön wir hatten vom gräuchten so alter kann ich mal hier wieder rein danke so ok mein gott ich gehe jetzt hier runter jetzt da so aus es wird mich irgendwann hier die ganze zeit irgendwie wegziehen so wo kann man speichern ja auf dem schiff bedeutet das gerne ich würde gerne gerne wissen wie ich überhaupt solche machen ah ok mit dem rechten schweiger kann ich ja das ist diese musik die ganze zeit kommt ich finde die ganze zeit so fotos ja 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 das hat diese musik warte mal wenn wir hingehen warte mal kommen wir hin wir können jetzt schlafen dann ist die nacht glaube ich um ja hier ich habe vorher gemacht ja toll jetzt geht schlafen ja ich habe gerade geschlafen das schlafen du musst irgendwie z z oder so ich musste ich musste ich drücken ich habe zwei jungen schafften freigeschaltet ich auch jetzt bestimmt der tag mehr ja jetzt wir haben unsere erste dachte überlebt ich glaube das ist schon fast vorbei weißt du die erste folge nötze minuten haben wir noch ein kassettenspieler stellt energie wieder herbert jetzt mal wieder hoch einmal ich fast tot wäre ja ich habe ja schon snack gegessen und ich habe auch schon kassettenspieler stellt energie wieder her entspannt uns und noch ein seil ich würde sagen wir suchen uns jetzt mal irgendwie der basis oder so ne ewig kann man nicht auf diesen dingen erleben glaube ich ich glaube auch nicht und wusste mal eben dass wir hier die axel aus ich jetzt erst mal meine schokoriegel und eine soda und so oder auch noch das ist natürlich erstmal irgendwo hingehen wo schön ist ja ich habe schon wieder schick und guck dir diese schildkunden an alle schildkunden wir sammeln können wir später noch erst mal irgendwie eine basis also hast du gesehen wie dunkel hat geworden ist ja ich habe gar nichts gesehen ich war im wasser aber trinken auch noch das furchtbar vogel die bombe was geht na wo gehen wir ändern ich war da oben eigentlich schon nicht schlecht aber waren diese viecher aber irgendwie will ich auch im wald irgendwie reingehen weil das ja davor ist nicht ja und irgendwie sind im wald irgendwie so eine schöne lichtung irgendwo jetzt mit hier aus wieder schön geräumig aus oder jetzt meinst du für uns beide reicht da haben wir hier und waren es ja ok doch ok wie machen wir das eine gute frage ich weiß nämlich wir haben wir irgendwie so grundlagen wie wir nach schlagen können vielleicht auch mal da mal reinschauen fliegen oder steht auch überall sachen machen können blätter und stöcke einfaches feuer einfaches feuer blätter und stöcke also das können wir machen also drei stücke habe ich aber nicht zwei stücke und warte noch geil es sind nicht etwa jahren so jetzt können wir uns aber können das geltendsten damit der feuer weiter da ja wir können mehrere feuer machen standfeuer lagerfeuer leuchtfeuer unterkünfte provisorisches lager blockhütte scheiße ja ich habe ein feuer kaputt gemacht sollen wir eine blockhütte bauen dafür brauchen wir 82 baumstimme oder so eine kleine blockhütte machen dafür brauchen wir nur 13 machen wir erstmal nur bekleide ich mache es bei uns erst mal wieder ich habe schon mal ein bisschen holz so meinte man aber ich habe den master arbeiten ja aber das hat ich muss jetzt 13 räume echt fällen ich möchte jetzt gerne mal wissen neue tier entdeckt wo so na fall um auf auf das passiert hier sind schon mal zwei vorsichter kommen vorgleich zu den euch mit mein stamm na gut ja 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 ich hätte man müssen first night er schafft ja 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 der feld um pass auf der verweilte ich einfach in so baumstimme na wieviel sind das jetzt sechs da haben wir schon mal ungefähr der bildung vorsicht ein das wieviel schreiten du wieviel es ist ist das das du das du 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 ich trage hat fünf baumstämme glaube ich wir machen jetzt genau ich guck mal siehst du wenn ich aber passieren kann wo es unser feuer tun wir es mal das war unglaublich winzig ich glaube wir sollten doch lieber eine größere provisorisches lager okay wir können auch irgendwie sehen wie das aussieht so ein bisschen vorwärts bauen ja okay die eine war schon ein bisschen besser die andere 82 guck mal hier hier ist was dass wir lieber noch nicht noch 19 11 12 13 14 15 eine kleine dies war unglaublich mit krieg aber besser als nix warum auch eine erwarte moment wir müssen die ich weiß wieder wie wir es machen müssen also ich habe jetzt hier in eine platziert ich stelle meine das müssen uns die baustelle nehmen okay da warte kann ich dann müssen sie die baumstämme nehmen und dann müssen wir sehen da rein platzieren hatte meine praktisch meine direkt daneben okay am baum und zwei jahren wäre auch nicht schlecht eigentlich der verein ist irgendwie voll mit krieg ich ja für zwei meint aber nachdem die fertiggestellt ist kann man ja mal den paar bänden lässt ja sind schon mal so viele baumstimme geschleppt noch mal jeden samstag ja fünf baumstimme durchgegen schleppen na klar warum du dich noch eine noch dann haben wir unser erstes heute sind ja da kann wir speichern wir können diese flöcke nutzen um zu speichern so jetzt müssen wir jetzt machen wir noch das andere häuschen fertig und dann können wir den auch schon wenn ich denke mal dass diese blöcke erhalten nur dazu da ist damit verspeichern können dass ein vogel dafür kann er gar nicht rein naja auch und sehe ich nicht na dann wenn mein partieren ja und da geht wenn wir uns auch überhaupt überleben ja hier ist ein lego an dann gucken wir mal wie hat nichts mal weiter geht ja gut dann sage ich dankeschön für zuschauen ich hoffe euch hat gefallen und ja wir sehen uns in der nächsten folge